Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome Hobbit, und erlaubt uns zu einem neuen Part, Super Mario, Prankti mit den Zwergenfürst, ich musste kurz überlegen, wo wir hier eigentlich sind, ja, Familie heißt es heute, ich spiel den lieben, den lieben, den lieben, Luigi, und Mario ist mein Kumpane, Bowser ist auch mit an Bord, und Bowser Junior, ja, Familie, Brüder und, äh, ja, Vater und Sohn, na dann, auf geht's in einem neuen Part, Super Mario, Prankti mit dem Zwergenfürst, mal schauen, was wir heute so machen, was wir hier heute entdecken, in dieser Party Lounge, ja, wenn der Vater mit dem Sohn, ja, so schaut's aus, Brüder und, äh, Vater, Sohn, und, äh, die Erdendingens, keine Ahnung, dafür gibt es keinen Begriff, äh, Verwandte, Bekannte, keine Ahnung, was soll's. So, da wären wir! So, das Rhythmus-Spiel haben wir schon gemacht, da werde ich nicht nochmal weinen, die Partys haben wir eigentlich beendet, da haben wir alles gemacht, das Rafting-Armter, das müssten wir glaube ich nochmal, das haben wir noch nicht bestanden, da müssen wir nochmal alle Routen abklappern, die Mini-Spiele, ja, okay, Freizeitraum, hier entsteht demnächst noch was Neues, Tom-Attraktion, ah, eine Mini-Spiele-Freischheiten, hm, Knau-Trocken, was machst du hier, oh, sorry Mario, das wollte ich nicht, Klapper-Klapper, ich bin wohl etwas Schmerz dran, Klapper-Klapper-Klapper-Klapper, ich möchte auch mitmachen, nehme ich mit, Knau-Trocken, cool, ein neuer Mitspieler oder was, ähm, darf mir das Bowser Jr. fliegen, so, Knochen-Trocken ist jetzt bereit für die Partie, cool, ein neuer Spieler, ein neuer Spieler freigeschaltet, ist das Hammer, können wir Kamek auch mitnehmen oder was, dieses Podest nicht betreten, ah, okay, cool, Knochen-Trocken, den werde ich gerne spielen, Kara Cooper, und auch schon zwei Jubiläen, Wähler ist auch hier, alles klar, haben wir ihn mitgenommen, Wumms, Wump heißt er, ein Raftarmteuer, wo man zusammenarbeiten, um das Fluss zu bewältigen, um den Fluss zu bewältigen, ein Riesenspaß mit Minispiegeln, so stelle ich es mir zumindest vor, ich selber bin leider zu schwer dafür, der würde nur ins Wasser fallen, na dann, ich würde mal sagen, Partner-Party, na ja, können wir nicht wirklich, die Online-Geschichte können wir auch nicht machen, dann raften wir mal ein bisschen, auf geht's, Platzwahl, okay, Plätze tauschen, so, Knochen-Trocken hinten drauf, ich will vorne hin, vorne links, okay, Mario, Mario und Luigi vorne, ich will vorne hin, das wäre nicht schlecht, ja, warum nicht, so Knochen-Trocken rechts außen, roter links, machen wir, okay, Versuchen wir es ein, erneutes Mal, wir haben das schon mal versucht, und sind es dabei zugrunde gegangen, wir müssen mal die Minispiele spielen, das ist der Trick an der Sache, die Minispiele, die Duftballons mit den Minispiele, die müssen eingesteuert werden, das haben wir, zu sehr umgangen, im letzten Raft Abenteuer, aber ja, dieses Mal kriegen wir es hin, hoffe ich doch, Willkommen deinem Raft Abenteuer, ist das, der erste Raft Trip auf diesem Fluss? Nein, so, ich weiß nicht genau, ob alle wissen, was beim Rafting zu beachten gibt, sollen wir die Regeln durchgehen? Nein, bitte nicht, ich kenn sie bereits, so, hau ab Todfresser, waa waa, waa waa, genau so geht es, zusammenarbeit ist beim Rafting, das anruberste Gebot, ja, das ist natürlich spitze, wenn ich mit knorrentrockenen Bons an einem Boot sitze, ja, probieren wir doch gleich mal aus, wie es um das Team Teamgeist bestellt ist, fertig, und zack, ich war zu langsam, aber gut, wir haben es doch noch geschafft, lal, ja prima, hoppla, wir herren uns von der Startlinie, auf ins Abenteuer, waa waa, waa waa, so, rudern, 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 paddeln, na komm Mario, 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 ihr dort rechts, Mario mit knorrentrocken, und los, Bowser, du müsst jetzt mit mir paddeln, Mario mit knorrentrocken auf der rechten Seite, ich mit Bowser, ja, das habe ich mir gut überlegt, dass eigentlich Mario auf die linke Seite sitzen soll, und ich bin mit ihm gemeinsam gepaddelt, los, auf den Ballon zu, auf den Ballon zu, ja, das gibt extra Zeit, so, achso, die Pinguine von der Eisfläche treiben, ok, kriegen wir hin, oder, bewegen, ich bin Luigi, das darf ich nicht vergessen, und Luigi im Knochen-Trocken, ja, der Knochen-Trocken, der kommt übrigens, easy, haben wir heute dazu bekommen, so, so Luigi, runter mit, runter mit allem, Knochen-Trocken hilft, na komm, weg mit euch, denn am besten an alle, ich rieche es hier runter, die kleinen Pinguine dazu, die ja Mama, geht es zu Mami, jetzt ist auch ein bisschen rutschig, na komm, runter mit euch, ich glaube Knochen-Trocken braucht ein bisschen Hilfe, na komm, der Haufen hier, oder mit euch, einer ist schon raus, na komm, na komm, ich denke die ganze Zeit das Spiel Knochen-Trocken, so bin ich ein bisschen verwirrt, ah, spielen wir halt sonst immer, bei Mario Kart spiele ich den ganz gerne, na, noch zwei, zwei kleine, na komm, 14 Sekunden haben wir noch, 8,12, na komm raus mit euch, ihr beiden kleinen, kleinen Scheißer, oh, einer noch, nein, na komm, na komm, na komm raus mit dir, raus mit dir, ach verdammt, einer hat es überlebt, oh Mann, was haben wir jetzt verloren, oder was, nur wegen dem kleinen Scheißer, C-Rank, und weiterfahren, 52 Bonus, ja, Zeit, Zeit brauchen wir hier, um das ganze zu Ende zu fliegen, ja, haben wir roten Ballons, Minispiele spielen, und zart, die Minispiele am besten auch gewinnen, dann gibt es mehr Bonus Zeit, okay, Aufgabe alle Edelsteine zur Mitte bringen, ah, Mario, Knopf, Mario, danke sehr, so, ah, ok, verstehe, was dann in die Mitte stecken, verstehe, kann weitergehen, Mario bleibt einfach drauf stehen, auf dem Knopf, ja, ok, Edelsteine holen, ich bin Luigi, ja, holen wir den Edelstein, hol ihn, Mario, Mario, was machst denn du, Mario, ja, so, ok, er stellt sich drauf für mich, holen, 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 und bringen, 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 der Mario holt doch auch mal einen Stein, Bowser und Klautrocken haben es, na komm, Bowser bringt ihn rein, nice, er schafft es, so, zusammenhängt, zusammenhängt, das war doch nice, S-Rank, achso, Special-Rank, das steht für super, super in der Staffel, ein bisschen Bonuszeit, 500m haben wir schon geschafft, so, so, ist nicht schlecht, ok, so weit sind wir schon, er ist ja schon mehr als die Hälfte, na komm, rein in den Ballon, ok, Bumarang werfen, Bumarang Schuss, Aufgabe, Pro Keys, stürzen, ah ok, verstehe, zack, wenn er ist, machen wir, ich bin bereit, geboren, das geht's, und zack, nice, stolz, ich bin Luigi nicht vergessen, ich vergesse es immer wieder, und zack, nice, verstehe mich gegeneinander, denkst dran, oh oh, da ist mein Bumarang weggeworfen, zack, uha, zu schlecht, da kommen Punkte sammeln, Rosa ist ziemlich gut daran, nicht wieder weniger, uah, dran vorbei geworfen, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, na komm, den haben wir weggemacht, uah, ich hoffe es reicht, ich war ja eh ein Kacke, ok, es rank, na ja, also gar nicht schlecht, so, klappt, sehr gut, so, dann mal weitergepaddelt, los nach rechts, 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 Bonus holen, auch wenn wir 114 haben, kann hier genug sein, Kristalle bis ins Ziel tragen, Furcht von den Piranha Pflanzen, ah, ok, verstehe, ah, ok, hm, kriegen wir schon irgendwie hin, der Weg ist lang, und die Piranha Pflanzen sind dicht, los Leute, gemeinsam, auf gehts, jetzt, durch, 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 Warten, 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 die Zeit ist knapp, aber, warten ist sicherer, so, durch, 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 durch die Menge, durch die Mitte, so, ha, 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 so, da lang, ist doch schon das Ziel, nice, unbeschadet, ein wahrer Zwerg halt, wenn die Sachen halt zurückgebracht, ich schätze ans Ziel, das kann noch ein Zwerg, speziell mässig, 156 haben wir Zeit, ach ja, wir haben genug Zeit, nur die Ruhe, zum Cheepcheeps oder zum Wasserfall, ähm, ja zum Wasserfall, na komm, hier rein, links mal, einmal links rein, Zeitbonus, plus 10, na komm, runter mit euch, so, und hinunter, den Fall entlang, so, wasserfälle, wilde Wasserfälle, als gelegt, na komm, hier nach rechts, hier nach rechts, hui, gemeinsam, und, hui, da gehts runter, so, da wirds schritzig, so, ab und dumm, in den Ballon rein, wir brauchen nie den Ballon, noch haben wir genug Zeit, aber, wir können auch einen verfehlen, viele sollte man nicht verfehlen, möglichst für den Ballons platzern lassen, mit's tot, ah ok, nicht den Ballon mit's tot platzern lassen, sondern, Ballons durch die er durchfliegt, hihihi, hätt ich fast falsch verstanden, ver-r-r-stee-he-he, so, start, da wird gered, achso, knappen trocken dreht nicht, knappen trocken, ich bin ganz oben, hauser, so, volle Möhre, nicht volle Möhre, aber, ein bisschen was, rankt sie, Na ja, besser als nicht. Achso, weiter gehts. So, Balance empfangen, das geht besser Mario. Oh, Knochen-Trocken hat es mega gemacht. Na, naja. Ja, von der Breitseite. Alles nicht, aber ein bisschen nach B-Rank haben wir schon. Dann kommt den S-Rank, den holen wir uns. Ach, wieviel Zeit haben wir noch? Ist das keine Zeitbegrenzung oder was? Ja, nice. Und ich balance insgesamt mit 160 schon. Darüber, rüber mit 4. Ah, ein paar verfehlt, aber gut. S-Rank haben wir schon. Ja, nice. Plus 40. Ja, Spitze. Ist viel Spitze. Da haben wir gebacken. So. Abgeschlepft. Und weiter wird geraftet. Na komm. Buzzer Junior hat nicht lange mitgemacht, aber dafür haben wir den Knochen-Trocken dazu bekommen. Nice. Jetzt können wir die nächsten Sachen mit Gnochen-Trocken spielen. Na komm, rüber, da, rüber, da. Ach verdammt. Den Ballon verpasst. Verpasst, den verpasst. Den nächsten müssen wir kriegen. Okay. Bitte lächeln. Ich lächle ja schon. Ich hoffe, er hat mich gut getroffen. Hat er jetzt wirklich mit der Kamera nichts gemacht? Nein, nicht den Ballon verfehlen. Was seiten ihr für Leute? Die dürfen doch nicht schon wieder verkacken. Na komm, hier. Links, rechts, dank. In die rechte Sache rein. Und so, wenn da, die Zeit wird knapp. Ja, noch haben wir genug Zeit, aber Zeitbonus. Wir dürfen die Ballonischen verpassen. Das hat uns, kurz vor dem 4 letzten Lasting Parts, alles gekostet. Jetzt kommt, war es vielleicht sogar der letzte Part. Ich weiß es nicht. Da komm, Ballon. Nice. So, ein Ball in die richtigen Eimer werfen. Ach so, okay, nicht schlimm. So, Toad. Luft den Ball. Und annehmen. Das ist ein Ball, der zu Knochen-Trocken muss. Na komm, dann an. Geh weiter. So, mal schnell gehen hier. Zu Bowser hin. So, der muss zu mir. Gib. Zack. Runter damit. So, der muss zu Mario. Zack. Ein Volleyball rein zu mir. Warum ich ausgerechnet den Volleyball habe. Das ist mein Lieblings-Sport-Arts. Das ist sozusagen. Wieso? Nein! Nein! Der muss wieder rüber. Nein! Gib her! Gib her! So, Mario. So. Nicht schlecht. A-Rank. Ja. Kündigschieter meine verkackt heute. A-Rank. Besser als nichts. Je. Abgeklatscht. So, die Knochen-Trocken ist. So, die Knochen-Trocken spiele. So, ich muss unbedingt Knochen-Trocken stehen. So, ich muss unbedingt Knochen-Trocken stehen. So, da haben wir eine Zeit verpasst. Da lag doch eine Uhr rum. So, ich muss mich da gehen. Tragisch. Na komm. Die Schnellen sind auch gut. Aber kommen wir schneller voran. Das ist besser für die Zeit. Und noch sind wir nicht mehr mehr. 2500 Meter. So, na komm. Die Zeit holt ihr die Zeit. Oh Mann, wir sind drüber gesprungen. Da kommen wir nicht mehr hin. Verdammt. Wir sind dran vorbei geschoben. Oh nein. So darf das diesmal nicht mehr enden. Da ist die Zeit. 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 Na komm. Ach, nur Plus 3. Das ist ja bloß. Das zählt nur 3 Sekunden. Verdammt. 3 Sekunden. Das sind noch 3 Sekunden. Na komm. Na komm. Na komm. Ich muss noch Zeit verzögern. Na komm. Na komm. Na komm. Jede Zeit ist wertvoll. Na komm. Nach rechts. Nach rechts. Nach links. Im Dunkeln. Festbeleuchtung. Alle Kerzen anzünden. Ok. So steuert man. Aha. Verstehe. Auf gehts. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Wenn es gut munkeln. Aber da ist Luigi ja schon mal im richtigen Fleck. In der Luigi's Mansion. Auch ein Projekt das wir noch weiter filmen müssen. Im Oktober. Da wird es dann mal wieder kommen. Ja. Ist kein Projekt für Frühlingsmonate. Das sollten wir eher so in Herbstmonaten spielen. Abschließen. 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 S-Rank. Ja. Nice. Mal alle Nutzung. Mal sehen wir mal was. Das sah so aus. Adels. Zeitbonus. Den können wir gebrauchen. So. Ich würde mal sagen zu den Tintenfisch. Damit sie nicht zu langen. Weil nicht wird. Und dann ein bisschen Action reinkommt. Action. Schmeckchen. So. Rein da. Zeitbonus. Wieder Zeitbonus zut. Gekatscht. Und weiter. So. Ein Blutmachtrobel. Okay. Den Blutmachtrobel. Den Blutmachtrobel ausweichen. Sonst sind wir am Arsch. Na komm. Schaffen wir es diesmal bis zu Ende. Oh verdammt. Rechts. 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 Nichts. Ne. Nichts meine ich. Oh. Ich habe eine rechts. Nichts schlechte. Habt das ich schon bemerkt. Auf der richten Seite. Dann haben wir reingeraten. Rechts. Rechts. Ein Ballon. Den müssen wir uns holen. Verdammt. Da haben wir einen gesogen. Zeit. 20 Sekunden. Dann müssen wir mal. Reicht. Die Goldene müssen wir fangen. Versteher. So ich mit Mario. Zack. Zack. Oh der Goldene ist ein Reicht. So ein Scheiß. Na komm hoch mit euch. Und zack. Das waren viele. Der Goldene. Der Goldene. Und hier. Da ist eine Menge. Und Gold. Eine ganze Menge. Und Gold. 52. Und Gold. 52 war. B-Rank. Ja. Schlecht als recht. Ja. Ein bisschen Zeit. 20. Aber. Oah. Das hat 40 gebracht. Plus 3. 23. Okay. Na ja. Solide bei 100. 3500. Zeitbonus. 3500 Meter sind wir schon angepeilt. Nein. Da wollen wir aufgreifen. Stimmt ja. Wir sind hier noch. Auf dem Cooper Strudel. Na komm. Leiter. Ein bisschen paddeln. Ja. Wir müssen zu dem Ballon. Aber. Nicht durch den Strudel. Warten. Schwanger Zettkomplex. Noch nicht kapiert. Aber machen wir mal. Einfach drauf los. Start. Memory wird gespielt. Merk dir die Karten. Mhm. Da sind sie. Oha. Okay. Da ist er nicht mehr. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. So. Oh nein. Da war keiner. Verdammt. Sorry. Falsch. Oh nein. Nein. Okay. Da sind welche. Und da oben. Da sind zwei. Und da oben rechts. Okay. Die liegen jetzt eigentlich noch an den selben Stellen. So meiner. Das ist goldrichtig. Nein. Eins falsch. Eins richtig. Aha. Okay. Das Richtige wurde gar nicht markiert. Die roten Herzen unten links. Und eine oben. Entdeckung. Okay. Da so. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt müssen die Kommas bloß nichts falsch machen. Nice. Bis die Zeit vorbei ist. Das müssen wir nicht so viel falsch machen. Merk dir die Karten. Wann ist das denn vorbei? Ach da. Das Eck. Unten. Ein Z. Sozusagen. Und rechts. Ja. Da dürfen noch welche sein. Oh. Was. Okay. Ich glaube hier war eine. Hier. Eine. Ja. Nice. Ah. Wann kommen wir. Und dann kommt das Spiel doch endlich mal. Merk dir die Karte. Die kommt nicht mehr lange mit. Okay. Da so ein Kreuz. Liegt das Karo. Und dafür. Ja. Da ist meine Karte. Die will ich haben. 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 Aber. Immerhin. Ja. Plus 3. 33. Jetzt immerhin drei Sekunden. Hm. Ja. So. Ballon. Es sind zwar so viele Unispiele hintereinander. Dass man es fast nicht mehr fassen kann. Aber. Es muss sein. Oh. Der Ballon haut ab. Der Ballon haut ab. Er schuldet weg. Aus rechter Seite. Rechter Seite paddeln. Rechter Seite. In Ballon. Ah. Verdammt. Da ist er weg. So ein Dreck. Kamek auf der linken Seite. Oh Mann. Das kann nicht gut sein. Na komm. Trotzdem. Kamek. Damit es mal spannend wird. Oh Mann. Also. Wir sind auf der Kamek Seite. Kameks Fluch. Oh Mann. Schnell voran. Bis von denen. So gut wie möglich ausweichen. Oha. Pelsen im Weg gezaubert. Na komm. Rechts. 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 Rechte Seite. Paddeln. Rechte Seite. 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 70 Sekunden noch. Verdammt. Wir brauchen Zeit. Rechte Seite. Pandeln. Rechte Seite. 60 Sekunden noch. Verdammt. Das ist doch wieder nix. 4500. 4500. 10 Zeit Bonus. Das hilft auch nicht viel. Na komm. Rechte Seite. Zu der Note. Rechte Seite. Zu der Note. Linke Seite. Linke Seite. Verdammt. Cheap Cheaps. Na komm. Na komm. Durch die Cheap Cheaps durch. Boah. 50 Sekunden noch. Verdammt. Bis zum Ende hin. Rechte Seite. Rechte Seite. Rechte Seite. Oh nein. Mitten durch. Durch die Zeit. Die Zeit. In der Mitte. Na komm. Da hinten ist das Ende. Da hinten ist das Ende. 40 Sekunden haben wir noch Zeit zum Ende zu kommen. Die Zeit in der Mitte. Nice. Da komm. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Nice. Das Ziel erreicht. Auch mal was erfolgreich gemacht. Und. Zack. Sehr gut. Glückwunsch. Eines der Ziele. Das mittlere Ziel. Das mittlere Ziel. Das mittlere Ziel. War recht. Da waren es nur noch. 4 andere Ziele. Die wir auch irgendwann mal erreichen müssen. Machen wir da ein Megapart draus. Oder was. Deine Route. Dann geben das. Müssen wir alle. Wirklich. Müssen wir alle Routen geben. Reicht das schon. Um den Stern zu kriegen. Den Ballons erwischt Luigi alle. 2. 2. 4. Mario. 1 Ballon. Aha. Der Knochen trocken keins. Gepaddelt habe ich am meisten. Oder was. Nein. Mario hat ein bisschen mehr gepaddelt. Ja. Super. Ein bisschen Partypunkter. Ein bisschen Partypunkter. Okay. Jetzt haben wir noch keinen Bonus bekommen. Also noch keinen Stern. Kein Partyjuwel. Könnten wir neu spielen. Wahrscheinlich erstmal alle Enden haben. Dann kriegen wir das Partyjuwel. Bis zum Ende geschafft. Glückwunsch. Okay. Da haben wir erst eine Route von allen. Oh Mann. 1,2,3,4. Plus ein Fragezeichen hinten. Das müssen wir schaffen. Ach du Schande. Na ja. Dann würde ich mal sagen. Nein. Nein. Zurück. Zurück. Machen wir mal einen Mega-Part. Und machen wir hier. Irgendwie eine Stunde lang. Durchspielen. Dann machen wir mal. Einfach mal alle Routen zu Ende. Und dann gibt es die Sache auch noch dafür. Als dritte Partyjuwel. Der Stern hat soweit ich weiß 5 Ecken. Ja. Gut. Soviel dazu. Die Motivation. Die Motivation. Ich habe soviel Motivation. Die einzelnen Partyjuwel zu kriegen. Naja. Wird bestimmt noch diesen Mega-Part machen. Indem ich noch das zu Ende Racer. Und dann Mini-Spiele. Ja. Die Mini-Spiele könnte man noch spielen. Und dann schauen wir mal. Ja. Ja. Die Online-Funktion. Ja. Partner-Party ist jetzt nicht für mich das ultimative. Ja. Schauen wir mal. Ein, zwei Parts kriegen wir noch voll. Däumchen nach oben. So dass euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid. Und ihr habt ein weiteres Video mehr mit dem Zwang und Fürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen Fürst jeden Tag. Man sieht sich. In einem neuen Part von Super Mario Party. Mit dem Zwang und Fürst. Oder mit einem anderen Video vom Zwang und Fürst auf meinem Kanal. Ein Glückchen aktivieren. Ja. Obwohl ihr an der Lastenfahrzeuge seid. Hab ich das schon gesagt. Haut darin. Bis dahin. Macht es nicht gut. Macht es besser. Wie ich gerade von jemand anderem geklaut habe. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja. Ähm. Ja. Da.